Schon in der ersten Klasse stand in meinem Zeugnis, Andy hat grosse Mühe mit schriftlichen Arbeiten. Lesen und Schreiben war nie mein Ding. Ich habe es bis zur sechsten Klasse auf eine beschissene 3 geschafft. Aber heute ist alles anders. Du kannst mein erstes Buch auf iTunes runterladen. Für Gott ist nichts unmöglich.